Hallo und herzlich willkommen zu dieser Produktpräsentation. Mein Name ist Maximilian Herz und heute präsentiere ich Ihnen die standardisierte Webshop-Lösung für Ihre CNC-Blechproduktion, worüber Ihre Kunden in Zukunft innerhalb von Sekunden individuelle Teile bei Ihnen bestellen können auf Basis Ihrer Preiskalkulation und mit Berücksichtigung Ihres Maschinenparks. Das bedeutet, wir bieten Ihnen hier eine Webshop-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, innerhalb von Stunden Ihren eigenen Shop aufzusetzen mit eigenem Logo, eigenen Farben, eigener Preiskalkulation und das Ganze natürlich unter Ihrer eigenen Domain. Das heißt, der Shop wird ganz normal über Ihre Homepage verfügbar sein und in den Augen Ihrer Kunden auch als Ihr persönlicher Shop wahrgenommen. Aber ich würde sagen, bevor wir hier in die Präsentation einsteigen, gucken wir uns das ganze Thema doch mal an einem Praxisteil an, weil ich finde, hier kann man sehr schön zeigen, wo die Vorteile dieser Shop-Lösung liegen und welche Effizienzsteigerungen mit dieser Lösung in Ihrem Unternehmen möglich sind. Weil beispielsweise dieses Teil, nicht besonders komplex, erzeugt Produktionsschritte in Ihrem Unternehmen. Produktionsschritt 1, Teil muss gelasert werden, Produktionsschritt 2, Teil muss abgekantet werden, damit ist das Teil fertig produziert. Es gibt natürlich noch weitere Produktionsschritte, wie beispielsweise, wenn so ein Teil entgratet werden muss oder wenn so ein Teil graviert werden muss, wenn der Kunde sagt, ich möchte bitte auf jedes Teil eine bestimmte Nummer drauf haben, das sind alles Punkte, die die Produktionsschritte der Teile erhöhen und letztendlich die Kalkulation größer machen und umfangreicher. Jetzt beispielsweise, dieses Teil möchte ein Kunde bei Ihnen bestellen. Also der Kunde schickt Ihnen das Teil per Mail, sagt, lieber Blechlohnfertiger, ich brauche dieses Teil 1000 Mal, ich bitte um ein Angebot. Sie kriegen das Teil zugeschickt in einer Dateiform im Anhang als 2D- oder 3D-Datei. Im besten Fall ist das Teil richtig gezeichnet oder richtig konstruiert, Sie können es einlesen und können es mit Ihrer Kalkulationsroutine, die Sie im Unternehmen benutzen, einen fertigen Verkaufspreis ermitteln. Im schlechtesten Fall schickt der Kunde Ihnen ein Teil, was nicht sauber gezeichnet ist, wo eventuell noch offene Konturen sind, wo Rückfragen entstehen. Sie müssen Kontakt mit dem Kunden aufnehmen, der ganze Vorgang zieht sich in die Länge und dann wird aus einem Standardangebot relativ schnell ein zeitaufwendiger Vorgang, wo Sie am Ende des Tages dann vielleicht 20, 30 Minuten an so einem Vorgang gesessen haben. Und wenn der Kunde Ihnen nicht nur ein Teil geschickt hat, sondern beispielsweise 100 verschiedene Teile, dann reden Sie da doch von einem Arbeitsaufwand, der Stunden, Tage, vielleicht sogar Wochen im Unternehmen erfordert, was Manpower angeht. Und mit so einer Shop-Lösung wie der unseren können Sie dieses Problem komplett umgehen, indem Sie ganz einfach sagen, wenn Sie so einen Shop haben, lieber Kunde, du brauchst mir das gar nicht mehr zuzuschicken, bitte lad die Teile einfach in den Shop ein. Die Teile werden hochgeladen, die Teile werden von uns abgewickelt, die Teile werden von uns analysiert, die Teile werden genestet. Und aus diesen ganzen Produktionsparametern ermitteln wir mit Ihrer Preiskalkulation den letztendlichen Verkaufspreis. Und ich würde sagen, wir steigen in das Thema ein und gucken uns mal die Shop-Oberfläche an, wie die aussieht, wenn Ihr Kunde sich bei Ihnen einloggt. Das wäre dann beispielsweise das Login-Fenster. Hier können Sie dann alles frei konfigurieren. Hier können Sie sagen, andere Farbe, anderes Logo. Und der Kunde lockt sich ein. Der Kunde klickt auf Kalkulieren, sagt Hochladen. Hier haben wir drei Beispielteile. Hier sehen Sie jetzt, die Teile werden hochgeladen, die Teile werden analysiert, abgewickelt. Und alle Produktionsparameter werden erzeugt. Nachdem alle Teile hochgeladen sind, sehen Sie hier, dass die dann hier angezeigt werden. Hier können Sie sich die 3D-Teile dann auch anzeigen lassen. Da kann Ihr Kunde dann nochmal sehen, okay, ist das auch das richtige Teil, was ich bestellen möchte. Und der Kunde muss einmal alle Teile durchgehen, muss sagen, das brauche ich 25 Mal. Die Dicke ist hier schon vordefiniert. Material kann er hier auswählen. Das zeige ich Ihnen gleich noch, welche Einstellungsmöglichkeiten Sie haben. Weil das Material muss ja vom Lohnfertiger erstmal vorgegeben werden, welche Materialarten überhaupt vorhanden sind. Dann sehen wir hier, okay, alles drin. Vorgänge, Blechlasern, einmal biegen, ja. Und dann, wenn der Kunde halt noch sagt, ich möchte noch eine Oberflächenbehandlung, könnte er es theoretisch auch noch entgraten lassen. Oder beispielsweise noch eine Gravur hinzufügen. Das macht der Kunde bei allen Teilen, die er hochgeladen hat. 50 Stück braucht er davon, dann nimmt er das Material und dann passt das hier auch. Ganz zum Schluss sagt er hier auch nochmal, Dicke, kann er hier auswählen, 1 Millimeter. Und damit haben wir alle Informationen hinterlegt und sagen, jetzt kalkulieren. Und jetzt passiert folgendes. Wir haben ja alle Produktionsparameter ermittelt und sie geben uns jetzt die Preiskalkulation. Und aus diesen Daten erzeugen wir jetzt einen endgültigen Verkaufspreis. Nach ein paar Sekunden hat der Kunde hier den Verkaufspreis und kann quasi hier sagen, jetzt sofort bestellen. Und dann kriegen Sie die Bestellung ganz normal bei sich entweder in Ihr Shop-System oder, wenn Sie eine ERP-Anbindung wünschen, was auch möglich ist, dass Sie die Bestellung direkt ins ERP-System geschickt bekommen. Wir sagen mal Angebot speichern. Der Kunde kann hier quasi seine ganzen Angebote, die er gemacht hat, speichern. Und hier können Sie dann auch noch entscheiden, was mit den Angeboten passieren soll. Hier kann der Kunde sich dann immer angucken, was er kalkuliert hat. Und wenn er natürlich einen Auftrag ausgelöst hat, kann der Kunde dann hier auch sehen, welche Aufträge er ausgelöst hat. So, Schritt 2. Das ist jetzt die Oberfläche, die Sie haben zum Konfigurieren, Nutzerkonfiguration. Schließen wir das. Dann haben Sie hier einmal die Möglichkeit, die Farben zu wählen des Shops. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, das Icon zu wählen, was dann oben steht. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, Ihr Logo einzufügen und dann noch einen Hintergrund einzufügen. Dasselbe geht auch mit den Stammdaten. Und hier geht es jetzt um die Kalkulationsroutine. Also einmal, wie das Schneidverfahren heißen soll. So, es ist dann beispielsweise eine Lasermaschine jetzt nur hinterlegt. Dann, wie lange ein Angebot gültig sein soll. Und hier sehen Sie jetzt, dass hier noch nichts ausgewählt ist, weil wir nichts hinterlegt haben. Und dieses Shop-System basiert auf Excel. Das bedeutet, Sie kriegen von uns die Formulare, müssen einfach nur Ihre Kalkulationsroutine und Ihre Informationen in diese Excel-Liste reinschreiben, laden die Excel-Liste hoch und damit ist der Shop fertig konfiguriert und Ihre Kunden können bestellen. Hat den riesen Vorteil, dass Sie keinen, ich sag mal, Mann im Unternehmen brauchen, der über ein gewisses Know-how verfügt. Weil Excel ist in der Regel eine Grundvoraussetzung im Unternehmen, was Leute können müssen, die im Büro arbeiten. Und dementsprechend ist es sehr einfach, diese Kalkulationsroutine hier einzustellen. Es gibt noch eine zweite Option und zwar haben Sie die Möglichkeit, das Ganze auch an Ihr ERP-System anzubinden. Das heißt, wir können Ihnen eine Schnittstelle geben, womit Sie quasi Ihren Shop direkt ans ERP-System dranbinden. Dann haben Sie die Möglichkeit, dass Angebote, Preise etc. automatisch sich abgleichen mit dem Shop. Das ist aber was, was dann unsere Entwicklungsabteilung noch prüfen muss für Sie und extra für Sie anlegen muss. Und zum Schluss, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte diesen Shop gern haben, gehen Sie auf wicam.com, gehen Sie auf Kontakt und schicken Sie uns Ihre Anfrage. Vielen Dank.